Mein Lieben Phantasmagriere, Freunde, das hat man ganz ruhig. Guten Tag, ich könnte auch sofort singen. Wir singen nicht, wir haben Angst, das gestehe ich ehrlich, weil wir haben da einen Spiegel und wir müssen gucken jetzt in die Spiegel, weil das ist, äh, wir haben schon sehr, sehr viele grausame Dinge gesehen in die Spiegel, so, man in the mirror, und wir gucken jetzt mal da rein, liebe Leute. Nein, nein, bitte nicht, nein, nein! Du hältst, sweetie, dein Mund, du plappest und plappest und plappest. Nein, nein, bitte nicht, du will nicht mehr, nein, nein, hör auf! Ah, hey, Mühe, Mühe. Irgendwelche letzten Worte, Leonora. Rein! Nein! Leonora, das war die Dame, die das Bild gemalt hat. Da stand ja auch Leonora groß drauf. Und sie hat wahrscheinlich zu viel geredet. Also Kano war ein bisschen überzeugt. Aber eigentlich so, man hätte sie auch auf die stille Treppe schicken können. Man hätte ja nicht gleich den Kopf. Wir gehen jetzt mal wieder runter. Ja, Kano ist schon ein ziemlich drastischer Bubba. Und nachdem Adrian das jetzt alles so gesehen hat, macht sie sich um sich selbst so wirklich nicht anscheinend großartige Sorgen. Denn ich bin ehrlich, ich hätte da auf jeden Fall, dass das wäre... Ich will jetzt mal ganz kurz hier gucken. Ach, fuck. Okay, da ist noch ein Spiegel. Da will ich mal ganz kurz in den Spiegel mal schauen. Denn ihr wisst ja, ich nehme alle Spiegel mit. Und ich bin gar nicht mehr aktiv. Okay, der Schrank ist noch aktiv. Okay, nein, okay. Hände waschen, was ist das? Ah, wäscht sich nur die Hände. Okay. Ja, bei dem ganzen Scheiß kann man sich ruhig mal die Hände waschen. Das ist eine gute Sache. Wir brechen das ab. Das ist ganz schrecklich. So, hier Zim. Aha. Zim, Zim. Ich will jetzt mal ganz kurz hier in der Raum gehen, wo die komische Build gewesen ist. Ob das sich irgendwie weiter hat verändert. Warte noch mal kurz gucken. Ähm. Oh, das Klackern hatten wir auch schon. Okay, bis zu dem Status hatten wir es aber, glaube ich, schon. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Freunde, ich, äh... Alright. Okay. Gut, unseren Laptop haben wir, glaube ich, auch schon gescheckert. Ähm. Der sieht aber noch ganz gut aus. Er ist noch nicht mehr aktiv. Gut. Das ist schön, dass das nicht, äh, dass das angezeigt wird, ne? Wenn es nicht mehr aktiv ist, dann gehen wir jetzt mal weiter runter. In, in the Baby-Raum gehen wir nicht mehr rein. Das ist, das, 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 sei denn, Baby ist wieder am Brillen. Und dann gucken wir mal, aber ich glaube das nicht, insofern. Okay. Okay, ich glaube, die Dorn ist immer noch nicht da. Wir gucken mal, ähm... Wir gehen jetzt mal raus. Adrian, mal gucken, was draußen liegt. Weil sie vermutet ja, dass Cyrus derjenige ist, der die Katze platt gemacht hat, ne? Ähm. Es ist generell nicht auszuschließen, aber, aber ich glaube, Cyrus ist aktuell wirklich unser kleinstes Problem, wenn ich das so mal vermuten darf. Es ist auf jeden Fall dunkel hier. Very, very, very dunkel. Also es ist, äh... So, gehen wir mal, gehen wir hier lang. Ich weiß gar nicht, wo wir kommen wir dahin. Wir gehen mal, kommen wir dahin. Okay, ne, da geht's nur zur Stadt. Genau, da geht's nur zur Stadt. Flum, dum, dum. Gehen wir mal hier rein. Äh, ähm... Wo war da mal? Ich möchte ganz gerne mal in die Scheune. Wo war die Scheune? Freunde, der Scheune. Wo war der Scheune? Okay, gut. Gehen wir das mal an. Ihr kennt ja meine... Ich glaub, war das hier? Ihr kennt ja meine wunderbare Orion. Da haben wir auch lange nicht mehr geguckt. Ähm. Also wir müssen, glaub ich, jetzt im Dunkeln nicht in das Gartenhaus gehen. Also ich bin... Ich sag jetzt nicht, dass ich Schiss hatte, aber... Okay, da ist aber glaub ich nix. Es könnte sein, dass Kanu da liegt. Wir wissen's nicht. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz in diese Richtung. Äh, können wir hier hin? Äh, ich brech das alles mal ein bisschen ab, denn ich möchte ganz gerne wissen, ob da noch irgendwas ist. Okay, hier leuchtet diesmal nix, ne? Ähm. Okay, da geht's nur raus. Da geht's nur raus. Das hier war diese, äh, grästliche Puppe. Beziehungsweise wahrscheinlich die echte Tote. Wir wissen's nicht genau, ne? Bei dem ganzen Scheiß hier würde ich auf jeden Fall drauf spekulieren, denn richtige, ne? Mordnutzung gab's damals ja noch nicht. Okay, das ist also... Gut. Gehen wir jetzt ganz schnell wieder zurück. Da können wir auch nix mehr machen. Ja, ihr seht, das mit dem Abbrechen ist eine ganz coole Sache, ne? Ähm, das beschleunigt die Sache doch um ein Vielfaches. Und wir haben ja schon viel gesehen hier, ne? So, gehen wir mal zurück. Wie kommen denn mal an die Scheune? Ich würde ganz gerne mal an die Scheune gehen. So, Cyrus, kommen wir denn da? Wie gehen wir hier durch? Flum, dum, dum. Wo kommen wir denn da in die Scheune? Äh, Zim. War hier die Scheune, Freunde? Ja, dann gehen wir nochmal rein, weil... Eden vermutet ja, ne? Cyrus habe die Katze auf dem Gewissen. Hier ist aber keiner mehr. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Was haben wir jetzt drin? Hm. Wir haben... Also, wir müssen irgendwann nochmal in die Stadt. Das weiß ich genau. Ähm, der Telefonmann hat übrigens das Telefon nicht angeschlossen, weil Don natürlich dann entsprechend so richtig zu sauer gemacht hat, ne? Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ähm. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, den hatten wir schon. Ähm. Ich bin drauf und dran, nochmal den Hinkeeper zu fragen. Machen wir mal, Freunde. Im Atelier hat sich etwas verändert. Im Atelier hat sich etwas verändert. Ja, aber das haben wir doch eigentlich schon gesehen, oder nicht? Im Atelier hat sich etwas verändert. Okay. Dann gucken wir uns das Atelier nochmal ganz in Ruhe an, Freunde. Das muss ja gemacht werden, ne? Okay, im Atelier hat sich also etwas verändert. Aber das Bild haben wir ja schon gesehen an für sich, ne? So, hier, Flum. Ah, Moment, ich erinnere mich. Vielleicht, weil jetzt dunkel ist, dass da irgendwas jetzt rein strahlt, leuchtet. Das ist... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Der Drache, der Drache weist den Weg, hat der Geist von Kano gesagt. Der Drache wird mir den Weg weisen. Ja, ja. Ist da noch ein Geheimraum? Genau, das hatte der Kano. Der Geist von Kano hat gesagt, der Drache wird dir den Weg weisen. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ein Geheimschalter. Oh mein Gott, ein Geheimschalter. Möchten Sie diesen Geheimschalter kaufen? Heute nur einzig und allein in diesem Angebot können Sie einen Geheimschalter kaufen. Lass das doch auf. Adrian, warum machst du das zu? Im Keller müssen wir auch nochmal nachgucken, liebe Leute. Da war ja dieses Weinen und da hat er die Hand nach uns gegriffen. Das ist... Ich klicke mal drauf, ohne. Tiefer ist meistens in solchen Spielen nicht die beste aller Ideen, die wir je haben. Was ist das da? Nicht was? Was ist nicht da? Eine von den Zigaretten. Frisch geraucht. Das ist Sherlock Holmes' Deduktion vom Allerfeinsten. Ich glaube, Dorn ist hier gewesen. Der gute Sherlock könnte natürlich jetzt eine Analyse darüber abliefern, was für ein Zigaretten-Tabak und was da sonst noch so drin ist und welches Fabrikat und wann der gedreht wurde. Und in welchem Jahr die Pflanzen geschlüpft sind. Das ist alles. Das ist gut. Wem mache ich was vor? Wir müssen weiter. Das ist... Also wir drücken. Sollen wir singen? Ich glaube, wir sollen ihn nicht, ne? Wenn ich singe... Noch tiefer? Freund, ich habe eben schon gesagt, dass tief nicht die beste aller Ideen ist in so einem Spielfilm. Okay, okay, da geht's weiter. Da geht's auch weiter. Das sieht ein bisschen näher aus. Ich gehe mal hier rein. Zu weit. Das wäre ein weiterer Sprung. Das wäre ein weiterer Sprung. Alright. Ah, ich erinnere mich aber. Aber das hat, glaube ich, mit dem Ende noch was zu tun. Und da müssen wir jumpen. Da müssen wir... Das ist... Gut. Gehen wir mal... Okay, der Sprung ist zu weit, ne? Das ist... Gehen wir in die Richtung. Okay, da ist die Straße. Okay. Da ist die Straße. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Okay. Du kannst dich nicht nur von der anderen Seite öffnen. Oh, das ist egelig. Adrian, das ist richtig. Das muss doch gehen. Sag doch mal, das musst du irgendwo hinkriegen. Egelig ist das allemal. Verdammt. Verdammt. Das lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Oh. Aber wenn wieder zugeht, ist es nicht wirklich gut. Das ist... Aber wo sind wir hin? In einem wunderschönen Theater, liebe Leute. Hier hat der gute, ähm... Oder der böse Kano wahrscheinlich seine Vorführung gehalten. Seine Entfestungsgescheiße. Okay, ich will jetzt aber erstmal... Wir gehen mal hier anfangen. Aber ein schönes Theater, liebe Leute. Das muss man schon sagen. Das hat Stil. Wie viele Leute passen rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Und 200 Leute gehen da rein. Ja. Was ist das? Alright. Wir haben gesehen, diese Maschine in die Intro. Oh. Oh. Das ist die Schminkanstalt. Das ist die Garderobe wahrscheinlich. Hier ist ein Spiegel aktiv, meine Damen und Herren. Oh. Ein Kasper. Guten Tag. Sie sind sehr unheimlich, mein Freund. Jan, ich sehe gut aus. Das ist... Erwin? Diese Kasper macht mir ein wenig Angst, muss ich sagen. Das ist das Road. Was ist da Road? Oh. Habt ihr den Kasper gesehen? Der Kasper ist gar nicht... Das ist... Ist das Kanus? Das ist Auftrittsjacke? Warum finden wir hier nichts? Ah, das ist ein Zylinder. Oh. Was ist das? Das sieht aus wie eine DVD. Die gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Aber ich... Ich klicke da mal drauf. Aha, ein Bild. Farna und Malcolm. Malcolm. 1897. 1897. Hab das jetzt nur ich gesehen? Nein. Der hat wie ein Skelett ausgesehen. Und jetzt ist er wieder normal. Das sind wahrscheinlich ganz normale Vorgänge. Für dieses ungewöhnliche Spiel. Der Kasper Kopf macht mir very, very Angst. I'm afraid. Kasper, Kasper, Kasper. Ist hier noch irgendwas drin, was wir noch sonst... Den Spiegel, da zupft sie sich wahrscheinlich wieder. Das ist eine Plakate. Gucken wir auf die Plakate. Karno. Die Missionen der Magie. Wie? Sag mal, Adrian, baby. Du hast doch nicht genug gesehen in diesem Spiel. Kann das sein? Okay. Mal gucken noch mal kurz in den Spiegel. Wenn sie sich nur wieder am Zuppen ist, hier der Kasper. Das ist... Dann klickt man sofort wieder raus. Wir wissen ja, dass sie gut aussieht. Ja. Sehen wir mal was von hinten. Okay. Du bist ein schönes Kind, Adrian. Okay. Im Intro hatten wir diesen wunderbaren Stuhl. Okay, da oben ist das Beil, das Pendeln. Das ist Edgar Allen Poe, glaube ich. Das Pendeln des Todes. Okay, da kommen wir in die Garderobe. Gehen wir mal hier hin. Aber wir haben da noch einen Schlüssel. Wofür ist denn der Schlüssel nochmal gewesen? Ich weiß es aktuell gar nicht, liebe Leute. Dann kommen wir jetzt hier raus. Okay. Von außen war ja auch die Tür zu. Aber das Theater ist schön. Also mir gefällt das, muss ich sagen. Oh. Geht auf. Don? Ihr glaubt, der hat den Absintheit gesoffen. Gott, schau dich doch an. Das sieht aus wie ein normaler Bourbon oder Whisky. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich geh ins Bett. Das Kapitel endet hier schon. Okay, man, die Leute, das trifft sich gut, weil das Spiel ist auch jetzt eine Folge beendet. Aber, aber... Ich hoffe, wir haben alles gesehen. Ansonsten, wenn ich irgendwas verpasst haben sollte, es gibt ja immer die Möglichkeit, alle Kapitel nochmal einzeln durchzuspielen. Und das wird sich natürlich auch im Livestream nochmal anbieten. Müsste man einfach mal schauen. Aber jetzt zocken wir das erstmal durch und gut, ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Don war sehr betrunken und wir haben den ersten Abend in diesem Haus gebracht, also den wir auch gesehen haben. Und die Katze ist tot, leider. Und ich weiß es auch nicht, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne, hab ich in der Renner-Freunde, halt, ich war gerade ciao, ciao. Er sagt, ihr Spielkind 45. Delaney. Also ich wäre raus aus der Nummer, bin ich ehrlich. Ich würde nicht ins Bett gehen, ich würde ins Auto steigen und nie mehr wiederkommen. Ciao, ciao.